Es gibt mehr als 4000 Sprachen. Hunderttausende Wörter in jeder davon. Unzählige Schriftzeichen, Ziffern, Symbole. Eine Sprache jedoch kommt ohne all das aus. Die der Emotionen. Porsche, Leipzig. Eine Welt, in der alle Sinne angesprochen werden. In der Träume angefasst, bestaunt, erlebt, erfahren werden können. Eine Welt, in der man keine bestimmte Sprache sprechen muss, um zu verstehen. Die Produktion, das Herz von Porsche, Leipzig. Mit höchster Präzision wurden hier schon über 100.000 Cayenne gebaut. Seit kurzem die zweite, weiterentwickelte Generation. Anspruchsvollste Technik und modernste Prozesse treffen dabei auf wahre Leidenschaft. Die all derer, die in ihrer Arbeit eine Berufung sehen. Kein Wunder, wenn man Tag für Tag damit beschäftigt ist, langgehegte Träume zu verwirklichen. Das Kundenzentrum. Eine Hommage an all diejenigen, die bei Porsche immer Mittelpunkt der Arbeit sind. Fahrer, Kunden, Besucher. Nicht umsonst nennen wir es gerne den Diamanten. Auch wenn die futuristische Architektur den einen oder anderen an etwas erinnert, das nicht ganz von dieser Welt ist. Am höchsten Punkt des Diamanten ermöglicht eine ständig wechselnde Fahrzeugausstellung faszinierende Einblicke in die Vergangenheit. Und in die Gegenwart. Wer hier einen Streifzug durch die Porsche Geschichte macht, vergisst meistens nicht nur das Sprechen. Sondern ebenso die Zeit. Neben dem kleinen Auditorium, das mit seinen 80 Plätzen für Präsentationen oder als Kino nutzbar ist, findet sich im großen Auditorium viel Raum für größere Veranstaltungen. Auf 1360 Quadratmetern Fläche und mit äußerst variablen Möglichkeiten können hier Events wie Tagungen und Konferenzen verschiedenster Art erlebt, gefeiert, durchgeführt werden. Auf Wunsch inklusive Rahmenprogramm rund ums Porsche-Fahren. Ein einzigartiges Ambiente trifft hier auf modernste Technik und effiziente Prozesse. Das, was man von Porsche eben erwarten kann. Auch in kulinarischer Hinsicht hat es hier so manchem bereits die Sprache verschlagen. Unsere Spitzenköche und unser Service stellen sich ganz auf ihre individuellen Wünsche ein. Egal, ob sie einen kleinen Imbiss im Konferenzraum einnehmen möchten oder ein Gala-Dinner mit mehreren hundert Personen planen. Aber selbst die spannendste Architektur mit ihren vielfältigen Möglichkeiten kann meist nicht verhindern, dass es fast jeden Besucher wieder nach draußen zieht. Richtung Rundstrecke. Unsere FIA-zertifizierte Einfahr- und Prüfstrecke ist eine Komposition aus weltberühmten Streckenabschnitten. Legendäre Kurven wie Suzukais, Monaco-Löwes oder Corpse-Boo in Laguna Seca werden hier zitiert. Sämtliche sicherheitstechnischen Voraussetzungen für professionellen Motorsport sind erfüllt. Welche Worte wir hier schon in fast allen Sprachen gehört haben? Nochmal bitte. Bei verschiedensten Fahrevents wie den Angeboten Porsche, Leipzig, Pilot oder Co-Pilot können Sie als Fahrer oder Mitfahrer am eigenen Leib erleben, was es heißt, einen Porsche im Grenzbereich zu bewegen. On-Road wie Off-Road. Ohne Worte ist meist auch der erste Kontakt zwischen Fahrer und seinem neuen Cayenne bei der Werksabholung. Unsere professionellen Porsche-Instrukteure nehmen sich trotzdem viel Zeit für eine ausführliche Einweisung. Und natürlich für die Praxis. Bei einer dynamischen Fahrzeugerklärung verraten Instrukteure in einem extra gestellten Fahrzeug Tipps und Tricks, wie man die enorme Leistung des Cayenne effektiv einsetzt. Welche Emotionen dieses Erlebnis erzeugt, können wir an dieser Stelle jedoch nur schwer in Worte fassen. Nach ein paar, sagen wir mal, einprägsamen, runden On-Road gilt es auf der Porsche-Leipzig-Geländestrecke aufsehenerregende Off-Road-Module zu bewältigen. Hier erfährt man, wozu der Cayenne fähig ist, welche Steigungen und Neigungen er bewältigt. Wie er Gelände meistert, dass andere nur überfliegen würden. Kurz, wie er seine Technologie voll ausspielt. Apropos Technologie. Eng damit verbunden ist bei Porsche das Thema Umwelt. Was sollen wir sagen? Die Produktionsanlagen für den Cayenne erfüllen alle Umweltauflagen. 50 Auer-Ochsen und 20 Wildpferde sorgen für eine ökologische Pflege des Geländes. Und unvergessliche Anblicke für unsere Besucher. Porsche-Leipzig. Eine Welt, die sich besser erleben als erklären lässt. In der wahr gewordene Träume auch in Zukunft für sich sprechen werden. Weil Emotionen eine eigene Sprache haben. Eine Welt, die sich besser erleben als die 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 Welt. Vielen Dank.